Hinter dieser Tür verbirgt sich etwas Spezielles. Ein Zoo der ganz besonderen Art. Rapserdflöhe, Stängelrüssler, Glanzkäfer, Drahtwurm und viele mehr. Sie können riesigen Schaden anrichten, denn sie fressen und fressen. Und zwar das, was auch wir mögen. Wir oder unsere Nutztiere. Getreide, Zuckerrüben, Mais, Raps, Obst, Gemüse. Und noch etwas macht sie für die Ernten gefährlich. Schädlinge sind besonders, weil sie eine hohe Vermehrungsrate haben und auch kurze Lebenszyklen. Das heißt, sie können mehrere Generationen pro Jahr häufig generieren. Das Aus für viele Nutzpflanzen. Deshalb bleiben sie unter Verschluss. Denn in direkter Nachbarschaft wachsen die Pflanzen, die sie so gerne fressen oder aussaugen. Und noch dazu nicht irgendwelche Pflanzen, sondern wertvolle Neuentwicklungen aus langwierigen Züchtungsversuchen. KWS Saat im niedersächsischen Einbeck ist einer der größten Saatguthersteller weltweit. Das milliardenschwere Unternehmen investiert in die Zucht neuer, widerstandsfähiger Sorten. Denn auf der ganzen Welt sind Nutzpflanzen von den Folgen durch Schädlingsbefall bedroht. Eine große Herausforderung in unserer Zeit ist, dass wir mehr Nahrungsmittel produzieren müssen. Und das mit dem Hintergrund von der Reduktion von chemischen Pflanzenschutzmitteln und Klimawandel. Beide, die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln und von Klimawandel, führt zu erhöhtem Krankheitserregendruck und zu erhöhtem Druck von Schädlingen. Genau diese Schädlinge sollen den Forschenden nun dabei helfen, dass Pflanzen künftig nicht mehr so aussehen. Ihr Ziel? Pflanzen zu züchten, die resistent sind. Ob das geklappt hat, testen sie mit Schadinsekten aus ihrem Zoo. Diese Forschung wird immer wichtiger, denn einige wirkungsvolle Insektizide wurden aus gutem Grund bereits verboten. Seit 2018 ist es in der EU zum Beispiel nicht mehr erlaubt, Saatgut mit den sogenannten Neonicotinoiden zu behandeln. Dieses Insektengift geht in die gesamte Pflanze über und tötet oder schädigt zuverlässig alle Insekten, die an ihr fressen. Allerdings auch die nützlichen. Denn das Insektengift gelangt auch in Pollen und Nektar. Daher das Verbot. Zudem sollte der Pestizideinsatz in der EU ursprünglich bis 2030 stark verringert werden. Das ist zwar verschoben, aber die Pflanzenzüchter stellen sich darauf ein. Denn bis zur Marktreife einer neuen Sorte brauchen sie rund zehn Jahre. Bei der Entwicklung müssen sie viel beachten. Fress- und Vermehrungsverhalten der Schädlinge, der Einfluss der wärmeren Temperaturen durch den Klimawandel. Denn viele Schadinsekten gedeihen bei Wärme besonders gut. Davon profitieren auch Blattläuse. Die stellen trotz ihrer Winzigkeit ein enormes Problem dar. Die Weibchen können sich ungeschlechtlich fortpflanzen und damit explosionsartig vermehren. Sie klonen sich praktisch selbst und sparen sich damit Partnersuche, Befruchtung und Eiablage. Ihre Nachkommen vervielfältigen sich nach kurzer Zeit ebenfalls. Innerhalb von sieben Wochen wird aus einer Blattlaus bis zu eine Million Blattläuse. Und damit nicht genug. Das ist ein weltweiter Schädling, der auch die größte Anzahl für einen Insekt mit an Viren übertragen kann. An ganz vielen verschiedenen Pflanzen und auch verschiedene Viren. Denn mit ihrem feinen Saugrüssel durchstechen Blattläuse das Pflanzengewebe, um an den Pflanzensaft zu kommen. Dabei injizieren sie gleichzeitig gefährliche Pflanzenviren. Über 100 verschiedene. Bei Landwirten gefürchtet ist beispielsweise die viröse Vergilbung von Zuckerrübenblättern. Die Zuckerrübe bleibt klein, hohe Ernteausfälle sind die Folge. Eines der Probleme, das Kerstin Krüger und ihr Team angehen wollen. Dazu züchten sie Blattläuse auf erkrankten Zuckerrüben. Die Blattläuse nehmen das Virus auf und sind dann infektiös. Diese Blattläuse werden ganz vorsichtig abgepinselt, damit man auch die Mundwerkzeuge von ihnen nicht bricht. Damit sie, wenn sie dann auf gesunde Rüben übertragen werden, auch weiterhin an denen saugen können. Und während sie an dem Pflanzensaft saugen, dann den Virus übertragen. Und dann wollen wir dann feststellen, ob die Sorten, die wir haben, ob die resistent sind oder nicht. Doch wie finden die Züchter resistente Pflanzen? Ein Weg ist es, sich auf alte Sorten zu besinnen. Man geht so vor, dass man erstmal Wildrüben wieder anpflanzt und alte Sorten wieder anpflanzt im Feld. Und schaut, ob man die Merkmale in diesen alten Sorten und Wildrüben findet, die wichtig sind für die Resistenz gegen zum Beispiel Insekten oder Vergelbungsviren. Die würde ich dann weiternehmen und kreuzen mit unseren Hochleistungssorten. Wildsorten haben in aller Regel natürliche, chemische Abwehrstoffe als Fraßschutz. Sie schmecken den Insekten einfach nicht oder schaden ihnen sogar. Sie können auch gegen Pflanzenkrankheiten schützen, die von den Schädlingen übertragen werden. Kulturpflanzen haben meist weniger dieser natürlichen Abwehrstoffe, da sie hauptsächlich auf Ertrag gezüchtet wurden. Auf Kosten ihrer Widerstandskraft. Und das nutzt den Schädlingen. Der kleine Käfer lässt es sich schmecken. Diese herkömmliche Rapssorte hat nicht genügend Abwehrstoffe gegen ihn. Der Rapserdfloh ist nur circa zwei Millimeter groß, allerdings sehr gefrässig. Er taucht gerne in Massen auf und mindert den Ertrag erheblich, wenn nicht gespritzt wird. Doch die hier mag der Rapserdfloh nicht fressen. Den Züchtern ist es gelungen, mithilfe alter Sorten Rapspflanzen zu entwickeln, die deutlich weniger anfällig sind. Die Rapserdflöhe meiden die kleinen Pflänzchen sogar. So können sie ungehindert wachsen. Stärkere Abwehrkräfte haben auch diese Zuckerrüben. Sie sind deutlich weniger anfällig für die durch Blattläuse übertragene Vergelbungskrankheit. Als erste Sorte weltweit. Die Viren können sich zwar noch vermehren, aber deutlich langsamer. Trotz aller Erfolge, diese Art der Züchtungsforschung wird nicht alle Probleme lösen können. Es ist ein komplexes Problem. Wir arbeiten sehr hart daran, Sorten zu züchten, die resistent sind gegen Schädlinge und Krankheitserregern. Aber wir sind ja auch im Wettlauf mit der Natur. Die Evolution schläft nicht. Insekten und auch Schädlinge entwickeln ständig Strategien, um auch Resistenzen von Pflanzen zu überkommen. Eine immer größere Rolle spielt deshalb auch die passgenaue Entwicklung von Sorten für unterschiedliche Standorte und klimatische Verhältnisse. Denn je gesünder die Pflanzen, desto besser können sie sich schützen. Auch gegen Käfer und Co. aus dem Schädlingszoo.